Klo so sauber, ich würde von de Boden essen. Sandwich Maker holen und Steckdose. Leck mich fett, Elisabeth. Selbert Schule Karlsruhe, let's go. Baba Spot ja, aber Schule soll keine Faxen machen. Toiletten für Jungs sind kaum vorhanden und wenn man nach gefühlt 10 Minuten eine findet, ist sie dazu auch noch ekelhaft. Jungs, hört mal auf die Pissoirs mit Tüchern voll zu stopfen. Echt coole und nette Lehrer. Das einzige, was mit stört, sind die unglaublich lauten Klingeln. Sehr gut zum Chillen, aber die Schüler nerven etwas.